Hallo und herzlich Willkommen zur Welle! So, na dann schauen wir uns die Welle mal an. 19 braucht noch nicht verloadet werden. 19... 17... 15 von mir raus. Und wo kommen sie? Wir haben übrigens Tag 5. Bin ich mal gespannt, was heute kommt. Ich brauche endlich fallen da drüben. Ich habe alles nur auf der anderen Seite. Die Welle verspätert sich heute etwas. Die haben noch keine Lust. Wo da unten ist ein neuer Fuchs? Könnte man den natürlich jetzt holen. Da drüben hat die auch einen Zombie geschossen. Cool. Das ist schon eine ganz schöne Reichweite, gell? Oh... Die dreht sich einfach rüber! Die dreht sich einfach rüber! Oh... Aha, jetzt ist nicht mein Reichweiter. Am besten ist ja was, was mein Gerät hier tut. Mist, ich muss nach oben. Das ist nicht mein Reichweiter. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Mann! Untertitelung des ZDF, 2020 Na gut, die Bolzen sind bald weg in der Zeit, die Begegnung des ZDF, 2020 und die Begegnung des ZDF, 2020 wird einem Untertitelung des ZDF, 2020 und die Begegnung des ZDF, 2020 und die Begegnung des ZDF, 2020 und die Begegnung des ZDF, 2020 soziale Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Ich brauche endlich auf der anderen Seite fallen. Ich brauche schneller. Okay. Gehen wir mal nach oben und machen wir das so. Okay. Okay. Wieso ist da einer drinnen? Wieso gibt es da Zombies, die das können? Okay. 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 Und da drüben brauche ich eindeutig eine Bestärkung. Okay. 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 Und da drüben brauche ich definitiv fallen. Okay. 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 Sehr schön. Okay. 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 So. Ich habe aber gerade keine Samen. Okay, die Nacht war auf jeden Fall schon mal recht interessant. Ich brauche auf jeden Fall mindestens ein Pendel oder zwei da drüben. Also definitiv brauche ich da irgendwas als Schutz. Okay. Aber wieso konnte der die Türe öffnen? Ich packe das immer noch nicht. Der hat sich doch nach dem, was ich gesehen habe, eindeutig die Türen geöffnet. Wieso kann das sowas? Wie macht man jetzt Patronen? Eisen und Kupferbahnen. Eisen ist ja nicht so das Problem, aber Kupfer kommt ja jetzt nicht so extrem häufig vor. Das ist ja nicht so extrem häufig vor. Da stellt man immer 10 her. Okay. Äh, ähm, ja. Schön, wir haben alles rausgenommen, statt alles rein da. Ich brauche unbedingt zwei fallen. Drei eigentlich sogar. Das ist ja nicht so extrem häufig vor. Das ist ja nicht so extrem häufig vor. So, jetzt habe ich übrigens drei. Okay. So, Peile habe ich auch keine mehr. Die Nacht war recht teuer. Wenn man es mal genau nimmt. Ähm. Ähm. Was ist alles voll okay noch? Ja, von mir aus repariert auch das. So. Weißbrot. Weißbrot. Kann man Weißbrot machen? Wollen wir mal. Das heißt, wir könnten eine Muffin machen. Ähm. Mhm. Rotkohl. Mhm. Brühe könnte man machen. Einmal Speiseöl. Das klingt eigentlich ganz gut. Was fehlt mir jetzt? Was nur deswegen? Hm. Jam, jam. Mmh. Brühe. Zwiebel und Rotkohl. Wir haben hier gut geröstetes Fleisch. Got cropped. Dann habe ich gesehen, für irgendeines. Ah, das ist das gut geröstete Fleisch. Schinken und Wurst. Gutes Fleisch. Birne. Birne. Mhm. Okay, dann schauen wir mal. Das ist gerösteter Schinken. Gerösteter Schwein. Ein Baguette. Oh, ich bin schon wieder voll. Mhm. Mhm. Ähm. Ähm. Was haben wir denn jetzt? 91? Nein. 200. Okay, können wir noch nicht. Okay. So. Das war jetzt dann mal eine kurze Folge, aber den Tag, den machen wir beim nächsten Mal. Mhm. Ich sage mal Tschüss, Tschöpapa. Und wie gesagt, wir brauchen eindeutig mehr Fallen. Mhm. Also, Tschüss. Wo weiß es concentration went. Ich sage mal, was mit Ihnen fällt auf. Und diese Einde ein้ tengan. Ich sage mal, danke